hallo ich bin zwar wie gar nicht sehen die Spinnheit bei der Zombie-Mode mal gucken wird gekommen Warten auf andere Spiegel ja, aber nee, ist halt nicht so schnell ah, jetzt so mit 60 FPS aufnehmen ist doch schick so ähm, ne, Einstellung ähm ähm, ähm, ähm Steuerung Aussicht mach ich mal, ach gut so ja, das geht schon so, ne was? oh no sie haben keinen Gehthütte, ihr Schweine ja ja ihr ist okay, naja Ja. Panik! Oh, jetzt, 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 ja, jetzt. Los, los, yeah, cool. Oh, ich warte, bei mir kommt grad unten welche. Ich stepp mal runter. Nee, vielleicht. Mach mal dein Spielsound ein bisschen leiser. Danke. Hey, lass uns mal Julio Bier nehmen. Oh, cool, die bist du voll gut. Come on, ey. Ach, das war noch Zeiten. Ach so, ja. Yeah, Insider-Tricks. Mitch. Mist. Oh, die sind da ganz viele. Ich würd aufpassen. Gut, schaff ich schon. Siehste, das klappt immer irgendwie. Ist der Trick. Oh. Zwei Zäume ist ineinander, zwei Zäume ist ineinander, Hilfe. Kabuum. Oh, jetzt ist aber hier, ne? Nicht so toll. Yeah. Das ist schon toller. Stopp, Schweinebacke. Stopp, Schweinebacke. Ach, Dreck. Ich rette dich. Okay, danke. Wollen wir weiter? Oh, da ist noch einer. Los, mach mal die Tür auf. Ich? Ja. Okay. Ich mach die nächste auf. Ach, Mistikist ist hier nicht und, äh, auch nicht. Okay. Ist sie da hinten? Nein, das... Wollen wir gleich weiter gehen? Nee. Aber wir haben das... Ja, nee. In der Hunde würde ich noch bleiben. Soll ich oben, oder willst du oben? Mach ich oben. Hm, okay, ich mach oben. Das ist der Job. Ja, mit dem Sound ist so ein bisschen scheiße jetzt. Ups. Hallo, mein Freund. Mann, ihr Piss-Nenken. Bitte. Toll, jetzt wo hier so viele sind. Toll, jetzt kommen bei mir keine mehr. Irgendwie mal so. Bei mir waren drei. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich krieg dich, du Schlampe. Dich krieg auch. Dich auch noch. Oh. Das läuft also... Bis 120, wenn wir jetzt keinen Fehler machen... Komm, wir bleiben dann noch eine Runde, würde ich sagen. Wenn's eng war, trennen wir weg. Ah, die Hunde. Komm, komm auf die alte Position. Ich bewache hier. Links, ne? Die Hunde. Oh, Lucky Dogs. Oh. Penis. Aber eigentlich ist die Hunde-Runde ganz leicht. Kann man sogar mit dem Messer schaffen. Ohaah. Hundi. Ohaah. Ohaah. Hundi. Ey. Warte, nicht, 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 nicht. Fast tot gewesen. Okay, kannst. Jetzt weitergehen. Okay, los. Ich mach beide auf. Ah ne, die kannst du aufmachen. Ja, die teure kann ich nicht mehr. Die sind gleich teuer. Ich weiß sowieso viel mehr Geld als ich. Ich will zuvor, ne, kriegst du mehr Geld. Ich such mal vorne. Ah, da musst du hier stehen bleiben, weil von der Seite kommen auch noch welche. Hier so musst du entstehen. Hier so. Weil hier kommen auch noch welche raus. Da musst du auch aufpassen. Ich muss hier hinten die Lage abchecken. Fuck, falsche Taste. Konjuk. Mal nachladen. So. Okay, wir können wechseln, wenn du willst. Ja, okay. Wenn ich sagen, machst du Strom an, ja. Okay. Mal. Könnte ein bisschen schwierig werden. Ich kann dir noch kurz helfen, vielleicht so, damit ich dich anhalten so. An diese Kistennerven sonst hätte ich, ich hab voll die unfreie Schussbahn zu dir. Wunderbar. Penis, Penis. Ja, du bist doch. Wenn das fertig ist. Okay, komm, komm. Kriegst du. Okay, warte mal. Lass mal einen am Leben, das wär gut. Ich oder du? Ich mach's schon. Okay, wir sind noch genug. Okay, müsste der letzte... Ja, ne, da nicht. Scheiße, mach ich mich tot. Mach mal Strom. Mach mal Strom. Mach mal Strom. mach Strom an. Nee, oder? Brauchst ihn dran nicht. Da ist noch einer. Okay, warte. Ja, lass den mal. Ja, lass den einfach mal. Komm, schnell. Ja. Jetzt machen wir erstmal Strom an, holen uns ein bisschen an der Kiste was. Ah, nein! Mann, scheiß Zombie, ey. Oh, die Kiste ist draußen, sehr ganz klasse. Wunderbar. Hey, toll. Ist das ein Schuh, das ist. Was ihn zum Rennen gebracht, du ihn angeschossen hast. Okay. Ah. Ah. Okay, warte ich lasse ihn auf der Bühne. Oh. Okay. Komm, dann kannst du immer kurz ablenken? Ja, nochmal, Jogger. Und machen Türen auf. Und was nochmal? Jogger, Nautruhe und Türen aufmachen da. Vorn nach draußen. Ah, ne, warte mal, ich mach. Du machst die erste, aber ich mach die zweite, aber die teurer ist. Die erste. Dann pass mal ein bisschen auf den Zombie kurz auf. Oh, ne, ist gut. Oh, ne, ist gut. Wollen, nimm. Kommt zum. Oh, auch ne Python. Zufall. Willst du nochmal holen? Ja, ich ne, nochmal. Ja, dann kannst du mal ablenken. Oh, nochmal. Akimbo, ne, ich ne, bleib bei der Python. Okay, dann komm mal her. Und lenken mal ab. Ich bin schmackhafter. Oh, Spaß. Geil. Spaß. Mit der Spaß. Ah, ich hab keine Muni mehr für die MP7. Das scheiß, äh, für die MP MP40 hier. Ich hab noch 50. Ich hab noch 21. Ja, dann warten wir mal vorhin noch Teleporter an. Oder, oder warten wir uns hier hinten schon. Ja, machen wir vorhin nochmal Teleporter an. Und dann kannst du den Kiln hin. Und dann lauf immer hier wieder große Runden. Ja. Ja, das bringt's jetzt. Okay, ich fange mal zu rennen. Ja. Und sagen mal, bevor du über den Todesraum da langkommst. Nicht so lange auf der Bühne bleiben. Danke. Ich lass dir mal ein Abschließen bei dem Adrienne kommt. Danke. Du bist sehr entscheidend. Wie alt bist du auch? Du kannst movie auch ein Zeiternしか er in lovesque. Nicht so, dass es hier nicht gibt. Und was klar ist das jetzt nochCon eventuell? Atי amber ist 4. Ja, auch wenn wir uns jetzt hast. Naja, gut. Lohlen ist halt noch so. Bei mir kommt keiner mehr. Wir sind zu viele. Ich hätte mal so ein bisschen mit. Oh, jetzt komm mal hinter mir welche, ist klar. Ja, die können ja nicht alle auf einmal spawnen. Oh, die kommen alle von draußen, kein Wunder. Na, das ist scheiße, aber. Kann man nicht ändern. Nicht doppelt so viel Arbeit. Massen wir mal wieder einen am Leben. Soll ich einen am Leben lassen? Na, ich mach schon. Ich kann auch machen, du kannst mich alle umbringen. Ich hab' den Crawler, der recht langsam ist. Der wäre geeignet. So, bei mir sind keine mehr. Okay. Ich geh' den schon mal einmal in die Kiste. Der ist jetzt doch wirklich der letzte? Ja. Ja. Das ist ja wirklich der letzte? Ja. Der ist ja langsam. Hk21. Oh Mann. Ich geh' noch mal. Komm. FN Fall. Soll ich die tauschen anstatt der Spaß? ist eine Entscheidung ja du kannst noch mal wenn du willst okay kann ich dann auch noch mal rein? Ja, hab ich gesagt Na du kleiner süßer Walprop Na komm mal gucken ne, G11 kannst noch mal oh, hier ist schon weg nochmal, hoffentlich krieg ich kein Teddy, das wär's dumm Teddy das war irgendwie klar schießt drauf wird was ergeben na, aber vielleicht in der Runde aber in der nächsten bestimmt okay wir warten noch bis die Kiste wieder raus Mal gucken, woher wird Ah, am Anfang zu rum mhm ne, das ist doch hier im Dings, ne? wo die MP40 ist ach so ja, stimmt stimmt, ja das haben wechselt mal gucken, was das wird ist wieder ein Teddy, das wär's jetzt das wird Panzerfaust gibt's doch nicht ja, du rutscht sieb und sieb und sieb und sieb und sieb mhm 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 wo ist er denn? mhm 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 Kau Kau K da am Rund das ist jetzt richtig anpassend wo liegst du um im ersten Raum wohl mal gleich am Anfang langgegangen sind nach der ersten Tür da der Gang da ist immer ganz gefährlich, da wird man so schnell umgezogen das wird nix ich kann jetzt mal gucken wie es aussieht naja gut jetzt komm ich zwar aber ist glaube ich zu spät run, ich bin fast da tot jetzt bin ich da ach Fanny, ist das mal der dumme Kackmann läuft halt in die Kessel na woh jung Hier geht's. Müsst nie, das ist die Letzte. Wo willst du wieder gespawnt werden? Man, der MP5K da. Oder nur MP5, wie auch immer die man ihn nennt. Kiste, oder? Ja doch, Kiste, Kiste, ja. Bam, 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 bam. Wow, das war knapp. Das wäre nett gewesen. Okay, los, komm. Oh, geht aber. Ich gehe für das erste. Jetzt bleibe ich mal ganz kurz hier. Hm, mach das. Gut, ich hab den ganz schön überstanden. Okay, ich bin im Todesraum. Ja, schnell, 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 schnell. Ja, schnell, 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 schnell. Okay, 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 ja, das ist ein bisschen zu spät gewesen. Ich hoffe es. Ja, es geht noch. Juk, 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 warte. Nein, 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 nein. Dafür muss ich jetzt einmal rennen. Aber zum Glück bin ich mit der so schnell. Für mich ist das eigentlich. Puu, warte gar nicht. Före, warte nicht. Was ich jetzt gemacht habe. Puuu, warte nicht. Ach ja, ich hab schon mal schön weit. Der war schon mal ein schlechter Einstieg, das ich schon mal zweimal verwecke. Ich hab schon schon. Puu, warte nicht. Ich hab schon mal drüber, als ich verweckert. Puuu, und ich hab schon mal drüber. Okay, ich bin im Todesraum. Ja, kannst, 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 kannst. Gut. Well. Ich komme noch mal Max Ammo, ich habe jetzt schon fast keine Munition mehr. Ja, okay, ich habe die HK da. Geht halt noch. Dann kannst du ja dann nochmal in die Kiste, oder Jaga, na gut. Auf jeden Fall lassen wir wieder einen übrig, da hole ich mir erstmal das Quick Revive, damit ich die schneller wiederbeleben kann. Ich habe hier gar keine mehr, die spawnen, das ist schon total leer. Komm mal zu mir. Okay, ich bin... Kannst du noch den 1, 2, 1, 2, 1 killen? Ich versuche ihn mal zu neifen. Okay, denn... Jetzt noch der Crawler da. Ja, den lassen wir. Schade, dass man nicht viel hier bei MW3 Geld woher senden kann. Hm. Okay, ich gehe mal in die Kiste. Ja, nochmal. Kartenpässe, der ist doch cool. Nee. Oh, bitte lieber Gott. Oh. Ich gehe auch nochmal. Vor allem jetzt brauche ich 2 Schwester mit der. Das ist der Dumme daran. Uhuhu. Oh, das gibt es doch nicht. Langsam werde ich neidisch. Jetzt noch das Tempo-Cola und die Welt ist in Ordnung. Okay, ich versuche mal den Crawler zu neifen. Ja, mach mal. Oh, ein Neifer und der war weg. Okay, dann nächst du ruhigst dir erstmal einen 4-Punkte-Kriegs-Jugger empfiehlen. Okay, wenigenfalls habe ich die Python? Ja, oder eigentlich habe ich erst Street-Drew-Rive und so und die Phanagan eigentlich brauchst du erstmal Jugger nicht. Da kann ich nicht eigentlich locker so wiederbeleben. Ich würde erstmal in gute Waffen investieren. Meinster? Ja. Ich auch. Ich weiß, ich kann jetzt ja wirklich Streitsombies töten, wenn ich präzise schieße. Okay, ich betrete den Todesriff. Ja, kannst. Ich verlasse ihn jetzt. Wow. 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 Die Python geht so lange nach, dass es so ein Nachfall wird. Hm. Aber man, die Punch ist sie geil. Sale! Ja, das bringt mir jetzt eigentlich nichts, aber... Mach du mal. Und pass aber auf, ja. Bei Sale stimmt man mit am öftesten. Oh, HK-Cool. Das ist gut. HK-1410-Punkte bekommt, das ist immer ganz toll. Das ist ein Spektrum ausgeworfen. Das ist ein Spektrum ausgeworfen. Den, 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 den. Affen, 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 das ist gut. Wo das Raum? Muni und Affen. Oh, das ist gut. Nein! Puh, das war jetzt knapp. Ich hätte beinahe mich Affen nicht gekriegt. Okay. Jetzt müssen wir wieder warten, sie wieder spawnen. Rennen weiter. Oder bleib erst mal stehen und warten ein bisschen. Gekostet, ne? Wart mal. Ja, okay. Das sind zwei. Okay, also jetzt... Fakt dich super... Schnell wiederbeleben. Kannst... Die kannst beide killen, hier sind noch ein Crawler. Okay, ich... Mach's mal mit HK. Was, ist das noch einer? Ein Crawler. Hab ich doch gesagt. So. Nicht killen. Ups. Okay, dann ist irgendwo noch einer. Da ist einer. Okay, müssen wir dem erstmal am Leben lassen. Okay, du hast nun kein Geld für Jugger. Dann würde ich dir entweder noch mal Kiste empfehlen, oder? Nee, ich hab jetzt genug. Ich hab nur einen Taker. Okay, dann... Ja, dann musst du noch eine Runde warten. Okay, dann guck mal schnell. Ach ja, geht ja gar nicht. Ich bin da. Denk immer hier mein Zombie. P Max spielt. Damn. Me? P Anfang... Bäm 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 Fertig? Was fertig? Zombie killen So, okay ich kill ihn 3, 2, 1 bäm Oh, warte ich warte kurz Instant Ja, warte mal kurz Dass das kurz vorm Weggehen ist oder du in Schwierigkeiten gerätst Okay, mach einfach jetzt Okay, ich mach jetzt Okay, ich ziehe dir den Todesraum Ja Die spawnen alle noch Oh, Nuke Ja Das war's Mal Nee Ja Ich brauch Du bist Ich brauch Pfui, die kleinen Crawler können eins in Gefängnis werden. Ich bin aus dem Todesraum. Ja, mach. BAM, 180 und Multi-Kill. Ich glaube, nächste Runde kommt Hunde-Runde. Bin mir aber nicht sicher. Wie wir sich in Affen. Ich habe einen Affen. Kuhkuh. Bim, 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 bim. Äh, der Affen. Affenparty. Man sind zum Stimmen. Alter, die sind sogar gestorben. Die meisten haben überlebt. Schieß mal so ein bisschen mit. Ich habe wieder keine. Ander, dann mal. Ja. Boah, weggepustet. Komm jetzt, Hunde. Hunde, hol die mal Jaga, hol die mal Jaga. Komm jetzt nicht runter? Ja. Ja. Und die demnach, dann noch den Jaga. Nee. Ich treffe mich nicht einer, das jetzt tun. Bei mir funkt es nicht. Mir glaube ich auch. Nee, bei mir klappt's. Boah, ihr Klentsch-Wuchteln. Das reizt mir ja mit euch. Okay, jetzt würde ich nicht zu verschwenderisch damit umgehen. Also doch zu verschwenderisch, ich meine ja. Max, Elmo? Okay. Warte. Ja, Max, Elmo. Warte. So, da muss ich nachladen. Da muss ich noch nachladen. Holen wir schon mal Dings. Juggernaut. Ah. Habe ich das die ganze Zeit ohne Juggernaut ausgehalten? Wahrscheinlich nicht jetzt. Nein. Oh nein, jetzt kommt der Gang. Komm, wieder erst mal. Sehen Zombies. Ah, ja, ich hab' geschafft. Puh. Ich vertrete den Todesraum. Ja, du kannst. Ja, du kannst. Oh, da, die Double-Points solltet. Geh durch, geh durch, geh durch. Du könntest du sie mit der Panda ganz schnappen, die Double-Points, dann. Hierzu ist Kant. Double-Points brauche ich nicht. Fickt euch Zombies. Fickt euch Zombies. Ich vertrete den Todesraum. Ja, mach schnell, mach schnell. Sale. Warte, soll ich holen? Nee, ich brauch's jetzt nicht. Nein, das sind so viele. Ich bin einer gekriegt, diese Wichser. Bam, Jungs, Mundmilz. Ich hab' die Kommando-Adee, die ist so genial. Ich nehm' die nicht. Nein! Oh! Ein weiterer Hit, ich hab' gestorben jetzt. Ich hasse diesen Gang, da verreck' ich immer. Ich hasse diesen Gang, da verreck' ich immer. Okay, ich hab' ich hab' noch zwei. Kannst einen von mir killen. Ich hab' drei, ich kann's zwei von mir killen. Kommst du? Ja, warte. Ich hab' noch ein bisschen Punkte verdient. Bin da. Okay, kannst zwei von mir killen. Okay, äh, ne, du kannst deine zwei killen. Ne, ne, ich hab' mehr Punkte. Okay, dann kille ich mein' und noch einen von deinen zwei. Such dir einen aus. Okay. Jetzt würd' ich dir empfehlen, Speed Cola zu kaufen. Weil du ja die HK hast, oder? Ja, ich hab' ja eine HK. Ja, dann hol' ich Speed Cola. Speed Cola, ich weiß nicht. Das wär' am sinnvollsten, dann kannst du schneller nachladen. Ja, okay, ich mach's. Und die Waffen schneller ziehen. Na, stimmt. Eigentlich genau das Richtige wegen der Python noch. Ja. Und dann würd' ich dir vielleicht noch mal einen Kistenkorb empfehlen, weil die Python ist nicht mehr so doll. Okay. Auch immer. Spektrum. Das ist ne gute Punkte Maschine. Aber extrem wenig Munition, HK ist viel besser. Hm, kannst du die Python weggeben. Geh' nochmal ran. Okay. Spaß. Was hast du? Spaß. Super Spaß. Dann kannst du meinen Kill nehmen. Dann kannst du meinen Kill nehmen. Sag, wenn... ...wenn deine Muni knapp wird, muss Bescheid zum Kümmerpunchen gehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, ist sie schlecht. Die macht ja zwischendurch wenig Schorn. Hm. Ich mach' vier Schüsse. Ich mach' vier Schüsse. Aber ich hab' ja nicht mehr Punkte. So, einmal noch besser als Pythor, die jetzt auch schon drei Schüsse braucht. Oh, Max, auch noch. Oh, Max, auch noch. Oh, ja. Und da welche von draußen. Ja, wenn du keine Zombies mehr hast, kannst du ja bei mir ein bisschen welche abschießen. Boah, okay. Alle gleich, lad nach und jetzt trennst du schon den Abbau an. Wo die spawnen oder noch? Wollen wir mal einen Kill spawnen, die wieder? Aber riskier nichts. Ach so ist der Ölch ja gerade. Jetzt hab ich auch noch Beute. Ein bisschen. Du könntest auch am Anfang des Raum-Railtrain machen, aber das ist auch nicht so leicht. Ja, da war ich ja gerade die ganze Zeit. Könntest du machen, aber könnte dich auch besser wiederbeleben, wenn mal was ist. Aber ist halt auch schwieriger. Aber du kriegst mehr Punkte. Ach, jetzt hab ich einen Crawler. Ja, wenn ich zum anderen Raum zurückgehe, kommt keiner mehr. Wenn ich wieder weggehe, kommt dann ganz viel raus. Das ist mir dann immer fraglich. Endlich ist die Spaß hier weniger gut, wenn sie nicht gepanscht ist und gepanscht macht sie so wenig Punkte, weil sie die Zombie sofort umbringt. Ja, aber auch nur bis rund ein paar und zwanzig Euro oder so. Ich würde dich da in deinem Leben lassen und du gehst nur noch mal die Kiste, denn... Da liegt irgendwas. Ich glaub, ne Newgal, die nehmen wir dann nicht. Okay, kann ich doch auf die Bühne oder... Warte. Was willst du? Auf die Bühne. Ja, kannst du machen. Ah, nicht den Newgal. Ich will noch so alle bis auf einen und dann... Kannst du noch mal eine Kiste oder so. Deine umbringen, ich lass mal den hier. Ich hab grad nur einer. Na, du musst du jetzt meinen aber umbringen. Der nimmt mich deine und du nimmst meine. Ja, okay. Das waren alle, glaub ich. Ja. Ja, dann kannst du noch mal an die Kiste gehen. Los, geh an die Kiste. Achso. Fakka, ein Spaß. Okay, aber ich krieg irgendwas Besseres als Spaß. Ich hab ja noch genug Punkte. Ja, ich weiß. Boah. Also, da würde ich noch einmal hin und hin. Ich hab echt Pech. Was soll man machen? Achtung, deraktig. Oh. Okay, nochmal. Ja. Hoffentlich hat die jetzt eine bessere Position. Weil da ist nicht so unbedingt gut. Anfangs herum, oder? Hm. Oh. Okay, da ist die jetzt nicht schlecht, aber auch nicht. Am besten ist die in der Mitte. Da kann man mal schnell rangehen. Mal gucken, ob ich was gut ist. Und was? Ah, ey. Schon zum vierten Mal, aber jetzt ist es weg. Okay, du würdest noch einmal. Gut, du kannst noch einmal. Ach, das war Spaß. Einmal noch. Gut, lieber Gott. Ja. Nimm. Die ist gut. Hat so auch nicht mehr, also, die schießt schnell, deswegen hat man nicht so viel Monier, aber... Oh. Das heißt, das Spektrum. Hm. Kannst du ja mein Zorni kümmern. Danke. 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 Und die kann man, also, schnell ziehen und schießt schnell, die schnell nach. Nein, 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 nein. Wenn es hier Plünderer gäbe, das wäre irgendwie unfair. Hm. Komm. Gibt's aufs Maul. Hm. 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 Okay, wenn man richtig auf den Kopf zielt, dann sind die Zombies nach vier Schüssen weg. Dann ist in dem Punkt doch schon ganz gut. Schuss. Ja. 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 auch das heißt Robo Jungs Jungs wo alle von anderen ist mein Leben auch noch mal ein kurzes viel ja schon ist man am Arsch aber die Hunde müssten auch bald kommen ja da liegt irgendein Quark kein Risiko doch nicht doch nicht weil dieses Fallen ist ich meine auch geht auch langsam leer aber ein Hanschen lohnt sich eigentlich wenn du willst kannst du jetzt noch ein paar Punkte holen m dann komm mal zu mir und wurde immer ein paar von mir ich hab noch Zombies ok Zombies ha 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 ich will erstmal noch die Runde zu Ende machen weil vielleicht kommen wir jetzt danach ich hab noch 62 Patronen in der Auk mhm in der HK 0 ok HK habe ich noch nachher ein bisschen über 200 na ich brauche noch 10 Buche dann könnte ich irgendwas äh ok danke ok 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 jetzt müssen wir überlegen wollen wir jetzt nochmal die Runde abschließen damit Hunde jetzt kommen vielleicht oder wollen wir jetzt einen am Leben lassen und dann können wir schön an die Punch Maschine ja na dann ist das scheiß wenn die Hunde in die nächste Runde kommen kannst du uns scheinen wir killen jetzt erstmal hier einmal also ich wäre dafür dass du dann die ganzen Hunde killst ja ok jetzt ist sowieso zu spät ok wenn die Hunde kommen haben wir Glück wenn ich denn nicht ok hoffentlich klappt es wieder ohja ok ich hab noch 39 Schuss ok hoffentlich klappt es bei mir sonst ist ein warm Arsch komm bitte Mann bei mir klappt es wieder nicht bisschen nach oben ich bin ich bin ich bin nicht komplett leer und klappt es bei Mini auf die Hände klappt es ich bin nicht 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 LUL das war keiner getroffen ok ich kann nicht nachladen ich bin nicht warte ok ok irgendwie auf dieser Seite klappt es bei mir irgendwie nie ich weiß auch nicht ok 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 Heeeh Woah auf der ist da mit 1 Warten haben wir nicht wenn es vorhanden ich bin nach dem gut um ja und warte mal kurz ich bin eben direkt neben mir gelaufen oh ja, das lohnt sich, das lohnt sich, das lohnt sich Nils aaaah von... von... Nils Downpoint mehr Nein, 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 ah, knapp Spawn direkt hinter mir, sowas mag ich gar nicht hmmm Nicht nett von euch Ich blasche das Hirn weg mhm 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 wenn man total wenig Moni und Kiel, ganz viel zu mir auf einmal Weisens besteht, Zombies haben noch gar keine Gehörner Das ist doch egal Das ist bestimmt ein Bug des Spiels mhm 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 fast 30.000 Punkte Oh, mit 10 Punkte fiel mir nur noch mhm Kielmann Kuh mit einem Todesraum Kiel, Kiel von der ganzen schießen nachlauten Oh, toll, meine schönen Clocks Ne, ich sag dir also Speed Cola, damit bin ich irgendwie immer schlechter weil ich so übermütig werde Das ist doch schlecht Da ist schlecht, da ist schlecht Okay Denn Hol dir mal im Genre Ah, gut Ich hab grad keine Zombies Ah, da kommen auch keine Okay Okay, jetzt sag ich mir noch eine Affenbombe Die muss ich jetzt in Vordeln einsetzen Na, klau mal ein paar Damit du Punkte kriegst Wenn du punchen willst, sag Bescheid, ja Hm, ach, hm Vielleicht in so ab 21 Also ich hab noch einen Na, ich glaub Ich geh punchen Bist du auch sicher? Ja, HK Okay, warte noch, denn Lock ich den Zombie mal ein bisschen hier nach hinten Bleib mit dem Teleporter So, ja Mach Hui Ich punch noch nichts Okay Guck mal, da sind wir Hui Du-du-d-d-d-d-d-d-d-d Du-du-d-d-d-d-d-d-d-d-d D-d-d-d-d-d-d-d-d Hey, lol Ah, das ist die Kamera hier Hier Hallo Und die Zeit ist in zwei Sekunden um eins 1 special raum hier dann gibt es mal nun er hat nichts mehr bei mir auch nicht ganzen von mir aus gehen warte nein 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 noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht als seine Stimme war wieder so roboterhaft noch nicht übernommen sind die die abgekühlt ist das ist die Pfeiffer der Schmerzen in der Schmerzen und die Schmerzen sind Ja, grün. Okay, warte. Geh mal nach vorne und mach den aktivieren. Bitte. Das kann nicht gehen. Na ja, Runde 20 ist doch schon nicht schlicht. Ich muss mal so schreien müssen. Puh, mein Profi. Ob wir rund 30 schaffen? Das wäre natürlich schon nice. Alles möglich. Okay, jetzt haben die wieder zu sehr belagert. Ich glaube, man hat einen Sound ein bisschen. Ach, hat er mich wieder von hinten erschreckt. Ich hasse sowas. Ich auch. Ja, du ja nicht. Ich weiß. Okay, ich bin im Todesraum. Na ja, mach, 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 mach. Okay. Hast du es geschafft? Ja. Okay. Die greifen mich eigentlich nie an. Ja, nur mal dich. Na ja, jetzt folgen ein paar dir. Wollah sind immer so widerstandsfähig gegen meine HK. Ja. Ja. Ich glaube aber nicht 50.000 Punkte, aber punchig. Okay, ich habe erstmal alles fertig. Okay, ich habe erstmal alles fertig. Ja. 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 Ja, ich habe ihn nicht aufgenommen. Nee, warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. um um die ganze Zeit um das ist gar nicht was ich hatte ab die Masse erledigt Mist naja gut hat es jetzt nicht so gebracht ja oh ja 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 Meilen noch. Okay, das ist mal krass. Vielleicht der einen Sound noch ein bisschen leiser macht. Manchmal laut, manchmal leiser. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Mikro ist. Sein Ingame-Sound meine ich jetzt. Ist gar nicht so laut. Manchmal macht man ihn voll laut. Manchmal macht man ihn gar nicht mal leise. Alles verwirrend. Die Welt ist so komplex für mich. Ah, gleich verreckig. Jetzt wo ich in den Sound-Einstellungen bin. Ja, ganz klasse für den Hinweis. Bitte. Magian. Okay, jetzt, 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 jetzt. Oh, jetzt habe ich schön viel Muni verballert. Ah, eif. Der Sound ist jetzt übrigens sehr leise. Jetzt kann ich gar nichts mehr hören. Aber damit es dir wenigstens gut agiert. Nicht schön. Ah, ich glaube nicht, ist aber eine Punch-Stinne. Jetzt habe ich auf einmal Lex hier. Ich will nicht sagen, dass das am Sound liegt. Äh, jetzt bin ich auch einmal tot. Boah, meine Klinge ist aber auch recht hoch für Black-Obs-Verhältnisse. Oh, scheiße. Komm, wir gehen Teleporter. Oh nein, du lässt alle hinter mir her. Oh. Komm rein, komm rein, komm rein. Okay. Jetzt ist es vorraurig. Zack. Okay. Mach rein, mach rein. Mach rein, mach rein. Komm jetzt mal. Zack, los. Ja, gut, das klappt. Okay. Ich glaube, ich mache auch nochmal schnell. Sollte es schaffen. Ja, hast du, okay. Ja, schaffste. Ich bin im Film. Bei mir liegt nichts. Ich war so im Büro. Ach, ich habe einen Film, cool, ich habe einen Film. Ich habe einen, cool. Hast du auch einen? Ja. Geil. Wow. Geil zu lasermäßig. Mädels. Aber du kannst ja auch am Ende Fallen benutzen, wenn du genug Geld hast. Und Moni sparen willst. Ja, oder so. Ach so, Hammer, nee. Ach so, kommt von oben, von unten, von unten. Ich habe sogar eine Schottgang ist der Nobel. Komm lieber schnell. Ja. Ja. Ich würde nur mit der Schottgang spielen. Oh nein. War toll, du hast mich da anderen Todesraum herlassen. Ich habe es überlebt. Oh. 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 sehr voll cool wenn man nah genug dran ist, killt die Shotgun mit Instant-Age, voll cool. Hightech. Alter, am Ende hat man 1 von dir am Leben lassen. Okay, bei mir sind noch ein paar zombies. Okay, lieber ein Crawler, weil ich hab gar keine Crawlers mehr. Crawlers. Hast du noch einen? Na, ich hab ein paar noch. Okay, lass doch mal meinen Pizzer Sicherheit da, wenn du... Nee, kannst du nicht spawnen, bestimmt auch mal. Da ist Double Points. Och, nein. Oh, wieder hinter mir gespawnt. Ich hatte kein Juggerlok. Nicht schlecht. Sind da noch viele? Ne, die sind alle zu dir gerannt. So, ist das gut. Versuch schön 4 Punkte zu machen jetzt. Ein kleiner Risiko. Ich bin die helfende Feindler in Hand. Okay, jetzt halte ich mal kurz die Stellung. Ich passe von hinten. Oder so. Boom. Fick Schnitzel. Dann komm. Wo bist du? So, dir ist mein Jugger. Wenn wir beim nächsten Mal im Teleporter sind, können wir eigentlich beide gleichzeitig die Rollen reinlegen, oder? Na, es bringt nichts. Wenn einer die Rolle reinlegt und der andere die Rolle reinlegt, dann ist die zweite der Film da so. Wir können es bei dir machen, aber... Ja. Es hat keinen pädagogischen Wert. Ich mach mal hinten einen Teel an. Kannst vorne anmachen. Ja, hier sind noch ein paar Crawler. Kannst den auch killen. Hier ist auch noch ein Crawler. In mir. Ne, hier sind auch noch ein Crawler. Oh, das leckt voll bei mir. Bei mir ist eigentlich auch schon schlimm. Als Hoss hat man eigentlich immer unter 50. Okay, aktiviert. Kannst bei mir noch ein paar klauen. Klauen ist aber nicht gut. Ach, ich habe ja, manch bin auch dämlich. Ich habe eben auf meinen Volltreffer geguckt und da dachte ich, es ist mein Ping. Deswegen. Wenn du einen am Leben lassen, kannst du einen am Niel lassen, wenn du was machen willst, ne? Ja. 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 Okay. Drumdumdumdum, ne. Und die. Ich will hier hin. Wie für Schlange! Mir klappt das besser wie. Ja, toll, danke! Wenn die ganz... Hör, bei mir klappt's auch. Bei mir klappt's wieder nicht. Ich glaub, du machst das falsch. Ich mach alles richtig. Das muss bestimmt wehtun. Ich steh direkt vor den Hunden und schieße ihn direkt ins Gesicht. Ja, jetzt mach ich richtig. Bam! Ich hier meine Fondan. Ihr Muschis. Aho. Aho. Wow. Next, okay, warte, ich lau schnell noch. Warte, warte. Hier hast du alles? Hm. Gut. 22, dann kommt wieder so 27 ungefähr. Okay, okay. Wenn du jetzt über 10.000 hast, würd ich auch immer so ein bisschen die Fallen nutzen. Hm. There's something in you up here. Wow. There's something in you up here. auch was er war um müssen Nr ist er es in den späteren Runden total unnützt Nr hat man es bei dir so laut heizt nicht mehr so und man wird ganz bisschen immer wenn ich sie sehr ich bei denen als der mein Box mehr wenn er kennt er mich jetzt nicht es ist wir sind aber diesen meinten Zombies und ich will jetzt nicht gehen weil das wäre wie als zu gefährlich wäre und die kommen auch mal welche in den Todesraum und der Kette Kessel nicht total ein bisschen doch ich sie einfach zu dir und was dann kannst du mit dem machen was du willst ich bin mit ihm waschen jetzt hätten die und das ist noch nicht mehr wie ich hab euch 40.000 punkte ich hab ihn ja ganz viele Daten wunderbar die Kundschaft mitgebracht werden die Schleger bedienen hat gesagt Kundschaft zu einer Geburtstagsparty aber die Geburtstagsparty Knalltchen